Hallo. So. Ja, nach meinem kleinen letzten Mal, wo ich eine kurze Folge haben müssen machen. Bitte? Ja. Und? Wo ist die Forschung durch? In diesem Fall hast du noch angefangen zu forschen. Gut. Und so wie ich sah, hast du hier noch etwas fertig geboten. Einfach die Kopferproduktion. Das finde ich dich top. Also jetzt haben wir da... Lange ich mehr Geld. So. Komplette Kopferin. Und ich tue weiterforschen. Das ist ja mal echt Geld. So. Ich tue mal weiterforschen. Und was ich jetzt vorgehalten habe, ist... Wir haben momentan so kleine Biomass Burner. Ja. Ich will... Ich will... ... einen grossen bauen. Ja. Und zwar am besten gerade hinten herunter. Oh. Oder? Ein Biomass Burner. Ja. Wird er nicht auf unserer Basis, oder? Ja. Eben. Da irgendwie so etwas hinten herunter. Irgendwie so da... Ja. Nein. Diese Seite gefällt mir besser. Die ist mir sympathischer. So. Die da. Nein. Was fehlt mir? Wires. Ja. Die haben wir ja en masse. Die haben wir ja en masse. Wo ich gestern hier Weihproduktionen fürchte gestellt habe. Verlangen doch. Gib mir. So. Jetzt haben wir da... Ja. Also. Dann soll ich mich um eine neue Produktionslinie kommen. Weil jetzt haben wir ja nur Copper Wire und Steel Plates, die wir herstellen. Ja genau. Wäre am besten, ja. Dann wäre jetzt meine Idee, wir könnten... Probier ich da den Strom fertig zu bekommen. Zu bekommen. Funnel resources to complete project assemblies. Complete stages here allows you to unlock later tears of mindsets in a hub. Puh. Wir brauchen einen Space Elevator. Wo kann man da bauen? BQ. Ja da. Ja, für was braucht man da? Brauchen wir für spätere Upgrades. Heiss. Aha. Wir schalten mehr Sachen damit frei. Ja vom Hub nehmen wir ja. Ja. Es kann sein, dass jetzt da gerade etwas langgelaufen wird. Weisst mir gleich. Dann fängt es genug Sachen. Ja, man gehört schon. Mhhhhh. 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 Alles geht down. Mhh. Chat down. Chat down. Chat down. Moment. Gibt das schon wieder Face Bomb? Warum? Fragen. Sind das nicht die gleichen, die wir schon hier haben? Nein, nicht ganz. Der ist ein wenig grösser. Wo irgendwie der produziert, eigentlich genau gleich viel wie der hier. Warten 6 Sekunden. Warten 6 Sekunden. Ja. Das ist... Das will ich jetzt gerade nicht checken. Pretty much gleich viel, he? Und sicher wenigstens... Tonne von... WTF haben wir da Iron Rods drin, Rita? Aber ich glaube ich mache... Äh, was? Weil ich den gebraucht habe. Also habe ich den machen lassen lassen. Ähm... Ah. Das bedeutet... Ja, wir nehmen die trotzdem hier weg, würde ich sagen. Dann nehmen wir die hier... Die kann man nicht rausnehmen. Nein, die kannst du nicht rausnehmen. Die sind integriert im Hub. Nein. Du kannst sie rausnehmen. Nein. Also Dismantle kannst sie. Nein. Probier es. Du musst schauen, wie wir gossen. Ja, gut. Schwenk ab. Äh... Wie kann ich jetzt eine Verbindung wegnehmen? Verbindung wegnehmen? Ja. Verbindung... ...von den... ...zwei... ...huren Burnern... ...zu dem... ...ding da wegnehmen. Ja... ...zu dem Pool. Ja... ...nimm den Pool schnell weg, oder? Nicht? Ja... ...nimmst halt den Pool schnell weg, dann verbinde ich die anderen zu. Ah, hast du gefunden. Du musst die Linie Dismantle. Du musst die Linie Dismantle. Den nehmen wir aber trotzdem jetzt da vorne. Äh... Was haben wir jetzt mit dem alles verbunden? Ja, das geht auch so. Was brauchen wir denn hier für einen... ...Miner? Oh, nicht noch. Ja, voll. So... Ich gehe mal noch einen Limestone Miner machen. Wieso kann ich... ...diese nicht starten? Hm? Geh nicht. Level to reset Fuse. Ich kann ja nicht starten. Was braucht der noch? Dass ich noch starten kann? Braucht er noch... ...was... ... ... ... ... Aber... ... ... Ich würde gerne, dass hier der Hebel... Vielleicht haben wir zu wenig Strom. Achso, das sollte eigentlich der Strom produzieren. Dann würde ich ja Strom produzieren! Was wäre echt ein Fehler davon? Vielleicht produziert er nicht genug Strom für die anderen Sachen. So rum. Nein, das würde nicht jucken. Er müsste trotzdem produzieren. Wenn er zwei nicht produziert. You never fucking know. Da gehts! Sieben. Also die, die integriert sind... Ich habe nichts gesagt. Ja Rito, was wollen sie uns? Ich gehe rein! Ich gehe rein! Es funktioniert! Ich wollte gerade sagen... Ja, der, der in die Bote ist, funktioniert! Ich komme nach der Ecke... Ich gehe nur so... Neeeeeeeww... Ah Gott, doch nicht! Ich bin plötzlich in die Rage gefahren! Ich habe nicht einmal mit die Gehend, die wir hier haben! Ich bringe ihn mal mit dir zum Laufen. 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 Ich bringe ihn mal. Ich bringe ihn mal mit dir zum Laufen. Ich bringe ihn mal mit dir. Ich bringe ihn mal mit dir zum Laufen. 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 Ich bringe ihn mal mit mir zu messen. Äh, dann haben wir das hier für Eisen, dann haben wir... Und du Alter, wie lange gebraucht haben, bis so ein Stein kommt? Jetzt haben wir so einen weiten Weg. Oder hangen Steine irgendwo? STEI! Oh, da kommt Steine! Rito, es kommt Steine! Es kommt Steine... Oh, Maske, Kollege! Moment... Ach so... Sorry, ich würde jetzt... So, wo haben wir Steine? Wo haben wir Steine? Ich habe wirklich schon so einen kleinen Denkfehler in meiner Idee gehabt. Ja, wo ein Steine hat. Nein, nein, der ist aber noch da hinten. Panik auf der Titanic! Ich brauche... Ich brauche... Ich brauche... So einen? Ah, Stein... Ich brauche... Ich brauche... Ich brauche Reinforced Metal Plates, Kollege. Reinforced... Ich brauche Biomast. Ich brauche Screws. Ich brauche... Ich brauche... Ich brauche... Ich brauche ein paar Seiten. Ich brauche... Wieso kann ich den hier so halb in einem Stein bauen? Das ist doch schon fishy. Ritu, wir brauchen mehr Strom. Noch mehr Strom. Mehr Strom. Wieviel Strom willst du noch? Ganz viel Strom. Was hast du jetzt hier? Ich habe ein Construction Ding gebaut. Wie meinst du jetzt? Mehr Strom. Aha, du meinst so Strom. Mehr Strom nicht. Ich dachte, du brauchst ein komplett neue Ding, die du schon alle verbraucht hast. Nein. Ist schon gut. Ah, du hast einen dort gesetzt, oder? Oh, kommt jetzt so konkret aus. Aber da hinten habe ich ein besonderes Blatt bekommen. Bisher war ich ja noch nicht so. Ah, jetzt konkret, oder? Oh Gott, das ist ja schlecht. Sorry, Chef. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Äh, was soll ich jetzt hier machen? Nein, das mache ich nicht hier. Ich mache hier vorne. Portable Miner. Einmal. Einmal. Könnte ich mir jetzt eine Bauer herstellen? Jawohl. Ich kann eigentlich nur noch eine Bauer herstellen? Belastend. So, auch eine Forschung. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ja, ich habe das Problem, dass wir nicht Alpha sind. Ähm... Was passiert, wenn ich das mache? Spiel schützt immer. Nein, ich hoffe nicht, Bruder. Ich habe gesehen. So. Give me. Give me iron. Eisen. Ziemlich wundern was da vorne passiert. So wie es aussieht. Nicht so viel. Wenn das funktionieren würde, wäre es noch mal lustig. Was willst du machen? Zwei Bänder für einen. Ah, bitter. Ain't working. Ziemlich wundern. Ah, du meinst du selig wundern. Ah, hast du noch mehr Eisen? Möglicherweise, ja. Ja, ich brauche dich. Toll, wir haben jetzt selber eingebaut. Aha. Auf du Stück. Brauche ich da dazu einen Smelter oder nicht? Ich glaube es. Was? Ich muss nichts mehr machen. Ich brauche Eisen. Warum muss man da drücken? Ich muss gerade von den Fries Bänder klauen. Ha! Du bist ein Smelter. Hä? Hä? Ich brauche gerade Eisen? Und ich lasse gerade von den Bänder. Brauchst du Eisen-ingot? Also, oder? Hä? Beides. Wie ich es will. Ich brauche einen Watz, aber ich möchte da jetzt nicht ganz Umstellung machen. Wir haben bisher nur das Ding, wo die Eisenplatte herstellt. Und ich möchte es nicht gerade ändern und aufhören und was. Und die sind jetzt auf Eisenplatten, das ist schon gut. Ja, das haben wir jetzt den gleichen. Brauchen wir auch. Eben! Aber ich brauche es jetzt. Mi 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 mi. Ja, das reicht nicht. Oh, bevor ich da jetzt einen Scheissdreck alles herstelle, möchte ich zuerst einmal, wenn es geht, die bessere... noch eine bessere Energie herbekommen. Ui. Der Craft Button glüht echt. Powerline so da. Oh Gott, das ist kaputt. So mache ich mal das. Das ist jetzt nur so der Craft Ding. Das ist einfach kaputt. Ich kann nur Craften. Und... So mache ich mal so ein... Oh Gott. Mal doch jetzt sogar noch genug. Oh Gott. Okay. Oh, hey, it's... ...Glue Zaga. Du machst mir das, du bekommst Strom. Ui, ui, ui. Auch von dem? Der Ultraverteiler. Oh, wir haben zu wenig Strom. Ja, jetzt hast du es gerade kaputt gemacht. Jetzt hast du mir meinen Biomass-Burner zum Erhitzen gebracht. Halt, ich kann erhitzen. Jetzt ist es gerade abgestürzt. Jetzt hat er zu wenig Strom. Er produziert zu wenig Strom für die ganzen Maschinen. Jetzt brauche ich eine neue. Ich brauche Iron Rods. Ich brauche Iron Rods. Ich habe noch 55. Ich habe sie dir hingelassen. Okay, jetzt brauche ich noch Wire. Wire habe ich auch dabei. Ah, okay. So 1, 2. Und ja, von woher nehmen wir jetzt die ganze Biomassen? Die bin ich schon am Farmen. Okay. Und um die bessere Biomassen bin ich schon am Erforschen. Ja, aber. Es wäre halt schön, wenn wir das dann auch so automatisieren könnten. Was wir wissen, wir könnten als so einen Pool nur drei Maschinen nachhängen. Wir könnten nur maximal 60 mehr produzieren. Und wir können nachher weiter schicken. Opa. Ich brauche noch zwei Rods. Was? Oh, das bekämen wir. Oh, das bekämen wir. Das ist bitter, oder? Aber es ist ja am produzieren. Ah, no Power, oder? Blöd. Ähm... Aber es ist noch nicht am produzieren. Wir beginnen mit mir. Das habe ich hier vielleicht nicht getan, ich muss es nicht gehen. Die sind schon verklappelt. Mehr Strom. Ja. Schau Greto. Du müsstest dein Kabelmanagement von diesen Generatoren besser machen. Du kannst doch alle... Wieviele haben wir jetzt? Drei? Vier? Du kannst alle vier an einen Pole hängen und dann von dem einten Pole machst du Unterpoles. Dann hat jeder Pole gleich viel Strom. Und nicht ein Pole geht auf einen Biomassgenerator. Ein Pole geht auf zwei Biomassgeneratoren. Weißt du wie ich meine? Hä? Aber wie möchtest du ein Unterpol? Kannst du einen Unterpol machen? Oh, nicht einen Unterpol. Ähm, mach mal... Ah, jetzt schnell. Wir haben sie momentan halt so, dass sie zwei Maschinen für das Iron haben. Ich halte für jedes Ding einen. Quasi. Ja, aber ich kriege dir das schnell, wie ich meine. Wenn es hoffentlich noch funktioniert. Du kannst ja nur vier anhängen. Eben, du machst jetzt... Einen Pole hier hängen. Wenn ich jetzt verbinde... Kannst du alle Powerlines trennen? Von diesen Generatoren? Ja. Der geht auf den... Und der geht auch noch auf den... Dann machst du von diesem... Und du machst einen zweiten Unterpol. Oder ist der auch noch da drauf? Ah, weg. Also, Mensch... Jetzt steht er im Weg. Eicht. Und den da vorne noch. So, und so, und so. Ich kann da vorne. Du kriegst Kabel. Wir kannst... Den Pfosten noch mit diesem Pfosten hier verbinden. So. Und jetzt kannst du von diesem Pfosten... Kannst du jetzt alles... Poweren. Da hast du jetzt... Die ganze Kraft von allen Generatoren drauf. Rito. Wenn dir zum Beispiel... Von diesem Pfosten hier... Wenn du schlau bist... Machst du einfach... Machst du einfach... Es wird jetzt halt ein wenig durcheinander. Yeet. Und Yeet. Verbinde beide zusammen. Und jetzt hast du... Hier drei Slots. Und hier drei Slots. Mit der vollen Power. Und das könntest du jetzt mit diesen Pools noch einmal unterteilen. Und dann hast du immer mehr Kabel zur Verschränkung. Wenn du anstatt dass du die Generatoren... Irgendwie... Eine Krise müssen. Zwei dort. Zwei dort. Einen dort. Einen sowieso. Denkst du einfach alles so zusammen? Und ich glaube es ob dir das wirklich funktioniert hat oder nicht. Das sehen wir in der nächsten Folge. Oder? Jafaa. 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 Jafaa.